Die japanische Kultur ist bekannt dafür, eine sehr enge Verbindung zur Natur zu haben. Eine der am tiefsten verwurzelten Traditionen in Japan ist das Baden in heißen Quellen, Onsen genannt. Jedoch umfasst die japanische Kultur der heißen Quellen viel mehr als nur das Baden. Dieser kurze Leitfaden erklärt dir alles, was du über Onsenkultur wissen musst. Onsen sind mineralhaltige, natürliche, heiße Quellen. Japan ist eine vulkanisch aktive Region und hat daher tausende von Onsen, die überall auf den Hauptinseln verteilt sind. Um als Onsen zu gelten, muss die Quelle eine natürliche Temperatur von über 25 Grad aufweisen und eine bestimmte Menge von einem oder mehreren der 19 Mineralien enthalten, die in japanischen Gewässern üblicherweise vorkommen. Auch wenn nicht bekannt ist, wann genau die Onsenkultur begann, werden heiße Quellen im Nihon Shoki erwähnt, einem japanischen Buch, das in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde. In Japan gibt es mehr als 3000 Gegenden mit heißen Quellen. Man findet viele Hotels und traditionelle Herbergen, sogenannte Ryokans, mit Bademöglichkeiten. Onsen können sich drinnen oder im Freien befinden. Beim Baden in einem Onsen unter freiem Himmel, einem sogenannten Roten Buro, kann man die schönen Landschaften Japans genießen. Manche Onsen bieten einen atemberaubenden Blick auf den Sonnenuntergang über dem Pazifischen Ozean. Andere sind hoch in den Bergen gelegen. Ganz gleich, welche du auswählst, jede heiße Quelle hat ihren eigenen Charme. In den meisten Onsen müssen die Besucher nackt baden. Jegliche Kleidung gilt als schmutzig und sollte nicht ins Onsen mitgenommen werden. Außerdem solltest du dich vor dem Baden duschen, um das Wasser so sauber wie möglich zu halten. Nackt vor anderen zu baden, gefällt nicht jedem. Daher bieten einige Hotels ihren Gästen Badekleidung an, damit diese sich wohler fühlen. Einige Ryokans bieten private Bäder mit heißen Quellen im Freien an. Früher waren Konjuko oder gemischtgeschlechtliche Bäder verbreitet. Als westliche Vorstellungen und Bräuche ins Land kamen, begann die Meiji-Regierung, die öffentlichen Bäder nach Geschlechtern zu trennen. Die Onsenkultur ist eng mit dem Shintoismus verbunden, der Werte wie Reinheit, Aufrichtigkeit und Harmonie hervorhebt. Wasser ist das wesentliche Element von Reinigungsritualen wie Misogi. Deshalb sind Onsen eine Möglichkeit, Seele und Körper zu reinigen. Sie sind kein Ort der Unterhaltung, sondern ein Platz der friedlichen Meditation, der Entspannung und des Kontakts mit der natürlichen Welt. Zudem ist der Zusammenhang zwischen Onsen und Gesundheit bei den Japanern sehr bekannt.